Hallo, ich bin Ronald Latouf, Head of Customer Success EMEA bei Beekeeper und ich möchte euch jetzt zeigen, wie die neue Startseite von Beekeeper aussieht. Ich werde dann jetzt mein Bildschirm teilen und ihr seht jetzt die neue Startseite von Beekeeper. Als erstes sehen Mitarbeitende ihre anstehenden Aufgaben im Überblick. Das ist ideal zum Beispiel bei der Schichtübergabe, damit Mitarbeitende sofort wissen, was ihnen von der vorherigen Schicht übergeben würde. Mitarbeitende sehen auch nach einigen Zeiten der Abwesenheit auf einen Blick, welche Arbeiten anstehen. Wenn wir nach unten scrollen, finden wir die wichtigen Chats. Die Mitglieder sehen an sie gerichtete Chatnachrichten in diesem Bereich. Das sind ungelassene persönliche Nachrichten oder Nachrichten, in denen sie erwähnt wurden. Scrollen wir weiter nach unten, finden wir die wichtigen Beiträge. Hier werden ungelassene Beiträge aus den wichtigsten Streams hervorgehoben. Hier findet man zum Beispiel festgepinnte Beiträge, Beiträge in den Nutzern erwähnt würden, Beiträge mit den meisten Kommentaren oder Likes und Beiträge aus Streams mit aktivierter Benachrichtigung. Gehen wir nach oben und gehen auf Schnellzugriff. Hier finden wir die letzten zwei Bereiche. Oben haben wir häufig kontaktiert. Mitarbeitende können hier sehen, die Arbeitskolleginnen und Kollegen, mit denen sie in den letzten sechs Monaten am häufigsten Kontakt hatten. Und unten sind die Vernupfungen, wodurch sich sehr schnell administrative Aufgaben erledigen lassen. Das war ein kurzer Überblick über unsere neue Startseite. Viel Spaß damit! Das war ein kurzer Überblick über unsere neue Startseite. Das war ein kurzer Überblick über unsere neue Startseite. Vielen Dank.